und schien die kunstern mir Noch nicht schlecht. Okay, und hier muss ich mal gucken, entweder mache ich die Verteidigung, aber ich glaube, ich hatte auch irgendwas mit Crit, maximale LP. Guck mal, die Crit-Rate. Um 8%. Nicht so viel, oder? Und wenn die aktuelle Crit-Rate höher ist als 50, dann ist der Schaden durch das Ultimate. Also richtig viel ist das ja nicht, ne? So nochmal 8%. Das ist was anderes. Oh, das sind 60% Crit-Schaden. Scrivllum. Das ist ja nicht so viel. Des physischen Schadens... Was macht denn sie eigentlich für'n Schaden? Oh, Quantum glaube ich. Ja. Scrivllum. Hm. Oh, guck mal, der ist doppelt gemoppelt. Erhöhung des imaginären Schaden. Achso. Da ist noch ein Skrivllum. Das sind die hier. Da haben wir nochmal Angriff. Imaginär. Da ist nochmal Crit-Schaden mit drin. Eichschaden Erhöhung. Berteidigung. Pff. Wollen wir uns einen machen? Scrivllum? Was müssen Scrivllum, das ist das andere Teil? Saizoto. was könnte ich mir denn für welche machen von scrum wie ging das noch mal in der synthese gehst du hier ja das sind ja die hier maximal effekt rate um 16 der differenz hat da kannst du wählen benötigte 100 modifizierte synthese quantum und den angriff oder elke Ich kann mich mal den Quanten schauen. Plus Angriff, Verteidigung, Verteidigung. Ich hätte gerne nochmal den Gritschaden. Geht das überhaupt? Ich weiß nicht. Schau mal, da geht nach dir wieder Energie-Wiederherstellungsrate. Die wäre ja ganz wichtig, wenn man den Ultimate bräuchte. Darauf, was liegt denn mein? Meine Fertigkeit. Was ist denn das Ultimate? Stellt für alle verbindete vier Fertigkeitspunkte wieder her. Ja, wäre schon nicht schlecht. Ist halt doof, dass man jetzt hier wieder raus und rein. Nein, nein. Ja. 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 Ja, jetzt habe ich nicht drauf geachtet. IP-Angriff-Beteiligung. Jetzt habe ich schon wieder nicht drauf geachtet. Ah, Crit-Rate, 2,5. Nicht viel, aber zumindest nochmal Crit-Rate. Guck mal, ich habe ja ein paar mehr gemacht. SP-Angriff-Beteiligung. und hier hatte ich ja dann auch irgendwie was ist krevenormäßig der ist neu der hatte doch einen mit kritschaden quantum und kritschaden kritschaden wenn ich nicht kritschaden wenn ich so wie der da mit imaginären kritschaden quanten und kritschaden das ist übrigens physisch da ist auch noch mit kritschaden verteidigung und kritschaden kreven 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 sich für vier sterne oder weniger was ist jetzt bloß 15 was würde ich bis zum dies knoten hau rein ein attribut hinzufügen vier attribute zufällig verbessern fünf attributen zufällig verbessern fünf attributen zufällig verbessern klitschaden 11,4 ist sogar nicht schlecht klitschaden 18,1 stärken nein der krauchklitschaden ist da ach das war ganz oben sogar 64% fünf attributen zufällig verbessern verteidigung verteidigung klitschaden ein attribut hinzu und vier verbessern der krit schaden auf elf prozent die verteidigung auf 54 nicht schlecht naja die verteidigung kann nicht schaden so lp 7,7 nicht so toll aber die wieder herstellungsrate knapp 20 prozent krit schaden 12 prozent das hilft mir doch schon ein bisschen nur mit dem licht gehe bin ich halt noch nicht so tätig gerne wie ist es die kritrate achso die kritrate ist 5% aber der krit schaden ist 202 jetzt müsste doch eigentlich durch durch dieses relikt durch dieses relikt 60 erhöht bis zum ende des ersten angriffs ok bis zum ende des ersten angriffs lp ist nicht sehr hoch da tut sich aber noch was wenn ein licht kegel kritrate ist schon krit schaden ist 202 aber das ist ja auch wichtigsten hier für ja ja da griff ich jetzt nicht so hoch äh geh weg das ist aber nicht so wichtig hauptsache ja das hat 60 prozent aber wenn der auf 200 ist erhöht für eine runde den krit schaden eines anvisierten verbündeten um 14,4 von spazels krit schaden der 202 irgendwie hoch ist plus 30 prozent weil das ist 8 10 10 bis 15 bis bis ja mit dem nicht hier muss ich halt mal schauen ich habe noch ein paar tage vielleicht kriege ich den genaue ich habe ich ein paar mal gekriegt wenn ein verbündeter nach kampf eintritt denselben schadens typ wie der träger verursacht sprich wenn ich sehe dabei habe die auch quantum ist dann macht die zwölf prozent mehr schauen das ist nicht viel das ist nicht viel höhlt bei kampf eintritt die geschwindigkeit einer für eine runde um zwölf punkte kommen auf aber den könnte ich guck mal wie ich den stabeln gehören ründeln kann das ist vielleicht noch was nach dem einsatz des ultimates des trägers werden die aktionen aller verbindeten um 16 prozent vorgezogen toll ist es nicht mit dem verursachten schaden des nächsten aktiven verbündeten außerdem träger für eine runde um 16 prozent wem habe ich denn das verpasst nicht ausgerüstet aber da ist doch jemand da steht doch das ist doch ein bild dass das ausgerüstet ist das habe ich auch verteilt erhöht die energiewiederherstellungsrate des trägers und zehn prozent das wäre vielleicht noch was wer ist denn das ding der kampf ist nicht vorbei wer hat den wer hat die energiewiederherstellungsrate des trägers um zehn prozent bestellt bei einem einsatz des ultimates ausgelöst werden nach dem einsatz der fertigkeit wird der verursachte schaden der verbündeten der nach ihm reihe ist 30 mit was da was braucht das nicht also den werde ich dann wahrscheinlich nehmen und was da wegnehmen wegnehmen und dem gehört das ding jung das sind fünf war sogar naja ich habe ja noch wie lang zeit darauf zu spekulieren 19 tage sammeln wir noch fleißig ein paar und vielleicht wird das ja noch was ich glaube ich ja nicht der hat mir diesen blöden vergiss es vergiss es so dann bin ich ja acht habe ich noch irgendwie ja ist ok dann haben wir hier die 24 komme ich eh nicht weiter was soll ich mich da irgendwie noch abmühen die universums simulation könnte ich noch machen ich habe sie so aufgewollt ich habe keinen bock mehr drauf ich habe keinen bock mehr drauf naja für heute abgeschlossen morgen geht's dann weiter weiter bis dann tschöö 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 Untertitelung des ZDF, 2020